Ich weiß, ihr dürftet nicht allzu lange darauf warten. Wir sind wieder daaa. Sad but true. Liebe Kinder, es geht weiter im Land der grenzenlosen Grenzgegner. Das hat mich nie gehabt. Ich nehme mal die Quests an, ja? Ja, nehm mal einfach genau. Einmal alles. Oh, ja. Ach, haltet doch einfach alle, die vielleicht das Spiel gewinnen. Weißt du? Ja. Wollen wir erst Shep, oder wollen wir Straßenkills, oder? Ähm, ich muss mir eigentlich hauptsächlich irgendwas killen. Was wir killen, ist mir erstmal egal. Dann können wir ein Auto holen und dann fahren wir nach Shep, weil vielleicht können wir damit die Straßenkills ja schon machen. Ich kille in der Zeit mal ein paar Skacks, die gehen mir auf den Sack. Die hätten wir doch mit Straßenkills machen können. Egal. Da kommen noch genug. Nimm mal diesmal mit MG, bitte. Äh, zu spät, aber ich hole das. Wäre cool, wenn du mich mitgenommen hättest. Wieso wolltest du doch mit MG? Ist doch Waste. Ja, mal hol doch eben eins mit MG, das weiß ich das Ding. Können doch eh zwei Fahrzeuge wieder generieren, oder nicht? Weiß ich nicht. Ja, hier du darfst schießen. Okay. Ja, Straßenkills. Woll. Ja, jetzt wollen die Leute anziehen unten, weil Deutschland verloren ist. Ich finde es ja zu einem heiß. Oh, go. Ey, warte mal, wir haben den Punkt ja noch nicht, ne? Welchen Punkt? Den hier. Und hier ist auch Shep. Ja, stimmt, da war was. Aber echt viele Straßenküssen. Wenn es so gut sein muss. Ja, wenn es so gut sein muss. Wir hätten doch erst in die Arena gehen können, die Battlerina. Ne, die ist doch noch gar nicht frei, oder? Ich meine, die Standard-Battlerina, die ist... Da wo du dich mit NPCs kloppen kannst. Ja, aber die ist doch auch noch nicht frei, oder? Da kriegst du so wunderschöne Sachen. Ich meine, die ist frei, die ist doch hier oben rechts. Ich hab keine Ahnung. Wenn du die richtig geilen Waffen als Quest-Belohnung bekommst. Soll ich da reinhören? I gonna show you, mate. Warum, wenn ich jetzt... Ja, super, warum muss ich denn jetzt hin? Äh, warte, steig einfach mal aus und drück... Ne, drück einfach mal C. Egal, jetzt ist... Ich geh nicht frei. An der Koordination könnte es etwas hakeln. Ja, nö, ne. Ups. Ähm, ja, Fahrungsfeste. Ich hasse es. Ja, lass mal das mal so, das machen wir so. Roadkills. Roadhouse. Aussteigen. Hier ist ja auch innen. Toxies. Äh, wir haben ein bisschen Skick abschauen. Einsteigen. Du wirst doch eigentlich immer alles nuken. Warum fährt der nicht? Mach ein Skick. Musst du mich durch die Gegend schieben? Ja. Hast du die... Habe ich dich damit gekillt? Nein. Fast. Du hast dich auch durch die Gegend geworfen und ich hab dadurch Schaden gekriegt und... Ja, sonst dämlich. Dafür geb ich dir auf. Soll ich jetzt auf die XP gehen oder nicht? Ja, mach am besten mal vielleicht. Wie viel kriegst du denn mehr dadurch? Äh, drei wenn wir einen Crit-Treffer machen. Äh, wobei das auch nicht so viel wär. Also Crit-Tot, ne? Drei Prozent oder drei...? Drei Prozent. Ey, ist jetzt eigentlich echt nix, oder? Ne, eigentlich nicht. Okay, ich hab keinen Punkt mehr. Okay. Wir können uns ja später noch umentscheiden. Mal keinen Neu vergeben. Und man kann auch nicht vergeben. Und man kann auch... Egal. Wer ist alles vergeben? Ich hab keine Ahnung. Keine Ahnung, deine Freunde? Wäre schlecht, wenn nicht, ne? Sorry. Sorry, Ladies. Äh, ja. Oder fragen sie doch mal kurz meinen Freund. Genau. Transfusion. Das sind die, die heilen, was? Der spricht nicht mit mir. Spricht der mit dir? Was denn? Ich war gerade noch bei Migranten, äh, bei den Nades. Der Späule will nicht mit ihm sprechen. Nein, er will auch nicht mit mir sprechen. Sacknah, sonst soll die Fresse halten. Oh. Schau bei uns rein. Wir haben die besten Preise für Waffen und Ausrüstung. Hm. Hm. Ja, 6.000 für ein Upgrade würde mich verarschen. 6.000? Ja. Ja. 6.104 für ein Speicher Upgrade von Munition. Ein Prümnis. Hast du die neuen schon gekauft, ja? Äh, die, die kleinen, ja. Aber ich hab noch nicht alle gekauft. Ich auch nicht. Ich hab nur für die Waffen ich gerade benutze gekauft. Oh, ich kenn das, Bruder. Ach, hier kannst du direkt überspringen und direkt alle kaufen. Aber ich kauf trotzdem für die Großen was. Für die, die ich benutze. Macht ja Sinn irgendwo. Ja, aber 6.000. Wie viel Kohle hast du denn, dass du alle kaufen könntest jetzt? Alle nicht. Aber... Ich bin aber überlegen, ob ich mir die, die Heilnades kaufe. Oh, die, die Transfusion, die sind cool. Aber ich hab die Bouncing Bettys drin. Ich hab sowieso keine, nicht genug Kohle gesagt. Bei uns in Bettys fand ich immer ein bisschen blöd. Ich will die eigentlich gar nicht so... Ja, weil der mit 13 bin ich eh noch nicht. Also von daher, weil die nicht... Wagen wir lieber ab, dann kriegen wir bestimmt. Garantiert. Ähm, ja, also es sieht so aus, als ob ich recht hatte und wir müssen uns erst freischalten. Ja, was ist das, wenn du recht hast? Na, ich weiß. Ich hasse das auch, wenn du recht hast, von daher. Das ist halt so, so ist das halt. Let's my shit. Also erstes Turbinen aktivieren, oder willst du einen Request machen? Ähm, warte, ich guck mal nach. Gibt's eigentlich einen Schnell-Key für das Journal? J. J? Ah, okay. Warum komm ich nicht ins Journal? Weil ich Hoster bin? So lächerlich, ich hab mal nicht mein... Ne, ich hab echt keinen Quest, äh, weiter. Doch, da. Ähm, Jammin... Ähm... Tagebuch? Ne. Doch, Tagebuch können wir machen. Das ist zu hoch. Ist das gut? Ach, das... du musst nur sammeln. Die XP, die sinkt ja nicht. Ja, aber weißt du nicht, dass auch Gegner auf uns waren? Ja, stimmt. Unten in dem Area sind ganz viele Gegner da, auch wo Fang den Wind ist. Ja, aber Fang den Wind ist Stufe 10. Ja, dann können wir das auch machen mit dem... Oder sollen wir Minenschüsse, mach den Abflug und dann Fang den Wind machen. Oder wir machen Schock-Kristall-Ernte in der, äh... Das ist Stufe 15. 15. Ja, aber 15 schaffen wir. Zu zweit. Ja, da kommt nur ein Boss oder Boss ähnliches Mob, dem geben wir wieder keinen Schaden, wir verrecken. Na, da musst du mal recht haben. Ja, wenn du gar nicht nachbekommen. Ja, lass uns Fang den Wind machen, dann in dem Area sind nämlich auch direkt... Da sind auch direkt zwei Tagebücher. Okay. Wo ist jetzt unser Auto? Er ist wahrscheinlich weg. Nein. On the internet. On the internet. Ach ja, man muss ja mit der Maus lenken, das werde ich aber nie raar. Fang den Wind können wir auch von hier aus. Äh, mit dem, mit dem Auto machen. Ja, ich gucke nur, wo wir hin müssen. Ich glaube, ich muss die Mucke ein bisschen neuer stellen, das ist schon sehr laut. Ja. Ja. Oh, da sind noch... Cags. Hm, nöt. Leider geben die sehr wenig XP, wenn man lieber fährt. Ja, gut. Wir haben ja auch ne Quest dazu. Ach so. Obwohl, 20 XP fliegen, da gehen die auch normalerweise um. Wir müssen sowieso ja Rack töten. Äh, noch Racks töten. Die kommen auch noch hinten an der Ecke, da können wir die direkt abfarmen. Die M10 XP, wenn ich die abschieße und 20 will ich sie überfarmen. Echt? Ja gut, dann scheiße. Haben wir... Ey, das war cool. Ohne meckern zu wollen. Ohne meckern zu wollen. Dann willst du schon wieder meckern. Karius Fässer. Ach, ich krieg doch nichts alleine geschehen. Das Ding gibt keinen Schaden. Okay, das geht. Gap XP. Hier liegt noch ein Medikit. Jo. Da liegt auch noch eins. Nein. Ich glaube du, ich habe mehr HP als du. Bist du vielleicht. Machen wir auch mal für ne Scheiße. Egal, dann laufen wir halt. Ja, ich habe ja gedacht, du kriegst das alleine hin. Aber... Das MG von dem Akar gibt nicht so viel Schaden. Das wolltest du aber auch. Alter, der brennende Zücher und mich getroffen bin der nicht verarschen. Ganz durft. Ja. Ja. Letzten Precise. Nicht nur, dass mein MG schneller feuert, ich habe auch noch den längeren besser. Ja, ich wollte es nur mal angucken. Weißt du, das interessiert ihn, dass du den längeren hast? Weil du meinst, das interessiert mich, dass es ihn interessiert. Warum schießt du eigentlich? Schießt du einfach auf den Tang? Der habe ich nicht gesehen. Also so kompliziert wie du es manchmal machst, ne? Ach, alter wie schnauzen. Du bist doch selber nicht besser hier. Aber auch nicht schlechter. Na, das war ja. Wo werde ich denn hier abgeknallt? Von überall. Ja, ich merke das schon. Überall. Überall. Ja, aber ganz ehrlich. Was soll die Scheiße auch? Hast du gesehen, wie viele die wollen? Ja, unverschämt. Aber... Sehr unverschämt, du. Die machen das wie die Amis. Jetzt kommen sie einfach. Ups. Schlechteste Schütze. Nein. Haben wir einen Team, der steckt? Nein. Haben wir einen Team, der steckt? Ja. Ja. Wie schmeckt der da? Wie schmeckt der da? Bisschen nicht. Ich schiefe die Waffe nicht, Digga. Wo kommt der eigentlich hin? Machen? Wo, wo zur Hölle bist du eigentlich, Pernal? Ja, hier am Anfang, ja. Aber, kein Ding. Wo bin ich tot? Keine Ahnung, weil du auf mich geachtet hast. Möglicherweise. Ich will nicht wir spawnen. Ach, das ist ein knallharter, deswegen. Äh, kann ich noch irgendwie? ich glaube es kommt ah geil die allerletzte Sekunde willst du einen MG haben? ich hab immer noch die Rocket als secondary das war ein Arsch mal knapp ja wir haben uns angestellt ich sollte vielleicht doch auf Health skillen ich glaub ich glaub du solltest einfach die Rocket auch nehmen und ich sollte was für einen Naka nehmen dann bin ich ein bisschen wär nicht so verkehrt ne? ne irgendwie glaub ich würde das gar nicht so verkehrt die ist ja direkt in den Schüssel nice nicer nicer mit einem Wurf alle echt ey Digga das ist so lange her dass ich hier irgendwas so Tür auch wo war denn noch mal das scheiß Ingen äh 1 in die ganzen 2 Zeit der Gegrüßbreichende am schwarzen Held in Firestone sind meine Bescheid auch der Trav halt die Schnauze warum spricht der überhaupt mit dir? weil wir nun am durch Abschluss der Quest neu am schwarzen Brett neue Mission haben ach so und das meint er mir mal eben vor die Nase bin zu sein so ein Schleimer ähm irgendwo war hier Patricia Tennis Tagebuch irgendwo oben ja ich komme mich gerade tatsächlich um die um die Turbine eine Turbine fehlt noch ja wie hast du wie hast du wie hast du warum haben wir eigentlich den Minentorschlüssel noch? ja genau ja genau hast du die die deaktiviert aus Versehen vielleicht? ne bei mir ist sie auf jeden Fall bei mir ist sie weg ok ja bei mir auch äh I don't get it kannst hier oben nochmal hinkommen hier ist ne Kiste ja ich komme drauf ah ist ein Tagebuch eintrag gefunden ähm oh oh ich werde mir mal einen von den Repeatern gönnen ja den hier äh wie bist denn du da hochgekommen? ähm über diesen wunderschönen Weg hier unten hä? hier komm komm mal zu meiner Seite warte 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 ach Mordecai hab ich aber mehr von dir erwartet weißt du hier bei dir einen Container oder? ach ja gleich hier wo ich da stehe ach siehst du ich hab's von deiner Seite probiert ach die Kiste bin hier rup macht nur richtig sonst kriegst du einen Druck haha oi wunderschöner Reim oh ja von einem wunderschönen Menschen haha boah manchmal hasse ich mich selber für solche Sätze haha ja 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 ähm ja komm hier nimm du die Walker nicht obwohl ne warte wie haben wir jetzt drei ja ich hab ne Repeater ne Sniper ne Machine Gun ich glaub da ist erstmal was gutes ich glaub das geht erstmal nehm ich die Shotgun? ihn weißt du nja also der Klo in culture wurde das ja jetzt oder ist das weggeworfen? nein die Dose war bösartig ja Böse Mo-Ö Dose böse Mose wollte er sagen nein niemals nicht da ist klar wo ist denn diese scheiß verdrängte Tagebuch von der alten nehm wie glaub keiner hier drin ja geht auch gut dass ich die alten nicht höre die ist übelst irre leute fachs hohr schutz feier warte der bernäuer um kann wir können die question rachs hier weiter das ist das mit der scheiße die kräfte ja wo du scheiße vom torbinenblatt holen musst echt Alter, was du dich alles erinnerst, Junge, Alter, was würdest du die lebende Battle... äh, Borderlands, äh... Wo? Ne, ich weiß, ich weiß nicht warum. Ah, da sind sie doch. Apropos Battlefield. Das ist die Closed Alpha. Da mitzuwirken können wir zur Zeit vergessen. Schade, eh. Oh ja. Also wie geschlossen ist die denn genau? Äh, ganz geschlossen. Das ist, äh, leicht crappy. Aber, das heißt, dass es wahrscheinlich auch noch ein Open Beta geben wird und da werde ich auf jeden Fall mitmachen. Ja, die werde ich mir auch angucken. Ne, jetzt alle... Da waren wir auch unsere Kunden und Kundinnen bei der Closed Beta von Battlefield Hardline dabei. Stimmt, da waren wir auch nicht. Bei der Closed und bei der Open Beta. Also du zumindest. Ja, ich war der Closed, aber wir beide bei der Open, ja. Oh, wir können nachher Mother of the Wreck töten, ne? Erinnerst du dich an die? Nein, 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 nein. Also nachher ist gut, aber... Boah, das war mein Lieblingsgegner. Ich sie nicht... War mir in dem Gebiet nicht schon oder vertue ich mich jetzt? Ja, aber das kommt ja erst am Ende. Da musst du nachher wieder zurück. Das ist nach dem... Ich spoil ja jetzt nicht, das ist blöd. Aber das war in dem Gebiet, wo wir jetzt erstes hinkommen, ne? Ja. Ja, gut. Da musste man... Achso, das mit der Scheiße war scheinbar doch die Andrequest. Ähm... Okay, abliefern, warte, ich will mir mit einem Andrequest raus. Ja. Ja, jetzt haben wir eigentlich nur ein neues Tagebuch. Hier in dem Gebiet. Ähm... Dann müssen wir wieder ganz zurück zu Dr. Z. Da ist ein Tagebuch. Eins ist da, wo der... Äh, wo wir die... Banditen ausschalten mussten. Eins ist dann bei dem... Ähm... Wie hieß der denn? Kalkopp, hier. Hä? Ticke? Nee, Skinhead, nee, Bonehead. Wie hieß der denn? Bonehead! Bonehead? Ja. Was ist Skinhead? Nein, Bonehead. Sauber. Skinhead haben sie wahrscheinlich nicht genommen. Aus anderen Gründen. Aus ethischen Gründen. Sollen wir auf dem Weg die Quest-Zert abgeben hier? Ah ja, komm, Mann. Genau, wahrscheinlich ist eh gleich eine neue. Nebenverdienst. Ich glaube, der gibt noch irgendwie eine für das Gebiet hier drin. Hast du... hast du eine Ahnung, wann die ganzen... Ähm... Größer und Böse... Was für eine Ahnung habe ich? Wann die ganzen... Ähm... Oh mein Gott. Die ganzen... Ätter und so... Oder war das erst nach dem ersten Mal Kammer? Ich glaube, nach dem ersten Mal Kammer kam der Scheiß. Ja, ich weiß es tatsächlich so. Aber was mache ich denn jetzt? Scale ich denn hier?